Es wurde eine verdächtige Person gesichtet. Verkleidet als Clown. Dann machen wir das Ding mal auf. Das ist das hässlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Auf GTA-Streife Jeden Tag sind Polizeibeamte des Los Santos Police Department im Einsatz, um die Bevölkerung vor kriminellen Machenschaften zu beschützen. Viele Polizisten riskieren ihr Leben für andere. Auch die beiden Polizeibeamten Roman Bellig und GTA 4 HTHD. Olaf 24-13 zu Olaf Fahrzeug ist Weinburt Es wurde eine verdächtige Person gesichtet. Verkleidet als Clown. Der Täter ist noch vor Ort. Sonderrechte frei Epilberger. Haben verstanden Olaf. Verdächtige Person verkleidet als Clown. Oh ne alter wenn das so ein Killer Clown ist boah. Ich glaube, wir haben unseren Clown. Der steigt andere Leute. Siehst du das Roman? Mal schauen, was der Hundesund da treibt. Ja, ok. Servus, was machen Sie da? Das geht Ihnen doch gar nichts an, oder? Also lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie. Viele Leute beschweren sich hier, dass sie hässlicher Vogel andere Leute beobachten. Wie bitte? Nur weil ich aussehe wie ein richtiger Gangster beschweren sich die Leute. Außerdem beobachte ich ähre die Tiere, die hier rumlaufen. Und so. Wahrscheinlich ist das Ihr Fahrzeug, das dort hinten steht. Stimmt's? Naja, ja schon, aber weh. Sie kontrollieren meinen Ben. Also das dürfen Sie mal gar nicht hier. Ich habe auch meine Rechte klar. Warum werden Sie denn so aggressiv? Wenn Sie nichts zu verbergen haben, können wir doch friedlich Ihren Wagen mal abchecken. Ich denke mal, das machen wir gleich mal hier. Moment mal, Eli. Das dürfen Sie doch gar nicht. Sie brauchen doch so ein Papier oder so. Dann machen wir das Ding mal auf. Was in Gottes Namen ist, oh du lieber Himmel, Mermen, sind. Sind Sie noch am Leben? Hallo? Gottverflucht. Der Polizeibeamte GTA 4 HTHD kann seinen eigenen Augen nicht trauen. Eine Leiche im Van, auf brutalster Weise ermordet. Das ist das hässlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich werde, ich werde das nie vergessen können. Das wird ein Trauma bleiben, für immer. Alter, ich habe ein verfickt traumatisches Erlebnis gehabt. Ich bin ein Loser. Ein verdammter Loser. Alter Bata. Und das war dieser Clown gewesen. Ich weiß, sehr krass, Mann. Alter Roman, warum stehst du hier und nicht beim Clown? Der Täter flieht, doch die beiden Polizisten rennen ihn hinterher. Wir Olaf 24 13, wir brauchen dringend einen Transporter. Danke. Los Roman, wir müssen ihn kriegen. Lass ihn vorbei. Ehrlich gesagt war dein Tod, so war es von gerecht. Sag mal, Hala. Äh, hat die Frau da drin noch gelebt? Die hat doch geatmet. Nein, Roman, einfach nein. Du hast schon wieder zu viel Wied genommen. Und das war es von mir. Untertitelung des ZDF, 2020